So, erster Einrolltag hier im Bikepark Serre Chevalier. Meine französische Aussprache ist sehr gut. Einziges Problem hier ist, ich kann kein Französisch. Bis ich erst mal diesen Lift gefunden habe, habe ich echt eine halbe Stunde gebraucht, weil ich auch kein Internet mehr habe. Nicht durch die Schweiz fahren und mobile Daten anlassen. Kostet mir hier 60 Euro und dann wird zum Glück mein vertragsmessig, mein Tarif erstmal gesperrt, sonst wird es mir irgendwie 500 Euro oder so kosten. Aber der Bikepark ist ziemlich geil. So, keine Ahnung was jetzt kommt. Bin ich noch nicht gefahren. Was? Dann habe ich noch einen Fischer. Braucht man mehr Spiel oder mehr Jumping Skills. Mehr Vertrauen in den Grip, in den losen Scheiß hier. Ich bin besser hier. Bist ja aren't Sie. Geh, 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 geh. CAT Wulgee họ als Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh! Ich glaube, wenn man den Chanta ganz klärt, dann hat man hier genug ZDF. Nein, Mann. Aber so nicht. Sorry. Gut, Pause. Und weiter geht's. Gut, fahren wir mal Tabasco. Cool. Und steil. Tabasco-Land ist geil. Ich glaube, ich muss morgen doch nochmal hier. Ich muss eigentlich morgen Kingstone Road fahren. Aber ich bin einfach nicht genug Tabasco gefahren. Also noch nicht ganz head-on. Okay, ist ziemlich geil, wie ich sagen. Oh, okay, 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 okay. Ja. Okay. Irgendwie bin ich zu nervös, wenn ich allein unterwegs bin. Ja, ich denke, das ist gegen, aber scheiß drauf. Oh, fuck, das ist das aus dem Video vom Rad. Ja, krass. Eigentlich lustig. Rüttel-Ludel-Ludel. Alter, meine Bremsen laufen ab. Was hat das mit mir da halt von so billig bei? Leute, das hat halt nicht so breit. Ja, geil. Geht eigentlich. Das ist bei mir nur Kopfsache mit dem Stall. Das ist eigentlich no problemo. Ja, jetzt bin ich wieder auf meinem Sieb. Ich darf es nicht mit dem Lines. Okay, hä? Ja, jetzt bin ich wieder auf. Oh, shit. Okay. Oh, come on. Come on. Oh, 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 come on. Ja, nichts wird draus an, auch mal ausgestattet. Geil! Okay, wenn die Tabasco fahren so langsam, dann kann ich das wahrscheinlich auch. Aber weiß nicht, ich bin schon manchmal im Schlafkampf. Vor allem heute. Über. Okay. Okay. Ja, ich glaube, das ist wieder gut, dann wird das hier enden. Enge Kurven. Geht's unten. Geht's. Geht's. Okay, gut. 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 Okay. Jetzt muss ich immer mein Gesicht in die Kamera halten, dass ihr wisst, wie ich aussehe. Ich befinde mich hier auf dem Galibier Pass und ich will jetzt gleich hier pennen und mir noch Bratwurst machen. Erster Tag. Morgen geht es in den Bikepark Saint Chevalier. Ich war noch nie hier und bin gespannt. Hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Ich bin gespannt, ob man das auf der GoPro noch erkennen kann. Aber der kleine Reisefleck ganz hinten ist der Mont Blanc. Die Sonne geht heute unter. Es ist relativ kalt hier auf 2600 Metern. Was für ein Luxusappartement. Es ist relativ kalt. Es ist relativ kalt. Für mich ist es relativ kalt. Das ist relativ kalt. Dann hat man sich die Rweinung zurück mit dem Krankenhaus und eine Spiegel serviert. Das ist relativ kalt. Das war das so gut. Untertitelung des ZDF, 2020